Schauen wir uns das mal, wie es reell aussieht. Ich öffne hierzu mal ein sogenanntes Projekt, wobei ich noch darauf eingehen werde, was überhaupt ein Projekt als solches ist. Hier geht es in erster Linie um diese Menü- und Funktionsleisten. Unter Datei, Bearbeiten, Einfügen sehen wir sehr viele Sachen, die man hier brauchen kann, die aber auch zum Teil, je nachdem, hier noch ausgegraut sind. Das heißt, man kommt da im Moment nicht drauf, weil es eben die Funktion nicht zulässt. Aber hier schon mal direkt ein Tipp. Zu jedem dieser einzelnen Punkte, egal was es ist, lässt sich die Maus platzieren und entsprechend mit der Taste F1 eine Hilfe aufrufen, gezielt für diesen momentanen Punkt, den ich da angewählt habe.